ja und damit ein großes hallo und herzlich willkommen meine lieben zockerfreunde heute gibt es ein kleines am morgen erstes video es war ja ein kleines event was ich gestartet habe und da habe ich das ganze aufgenommen und zusammengeschnitten und ja ich wünsche euch ganz viel spaß ja ich hätte mir eigentlich erhofft dass noch mehr leute kommen aber leider sind wir aktuell bis zu wir sind verräter okay wir können auswählen wo wir anfangen jetzt muss ich mal gucken wo sind wir denn okay können wir denn hier verwenden gar nicht oder okay also botage okay v hätte ich vielleicht drücken müssen wo sind wir denn jetzt ach da sind das die aufgaben ich irgendwie nichts machen kann gucken wo die anderen sind in china zu sehen das doch in oder was ist mit kuh okay mal sehen ich glaube das war nicht so cool okay wo hier der cooldown ist ich weiß was ja also ich fand es komisch am anfang das immer mich dauerhaft verfolgt hat aber es ist jammy eben in die kameras geschaut ich habe bei kürz records oder wie das heißt habe ich eine leiche gesehen und jammy ist dran vorbeigelaufen ich weiß ich hatte die nicht gesehen also ich bin da vorbeigelaufen ist es kann ich dir nachher dann sogar noch sein ich habe mich kurz unten gesehen ich kann die mail aber mir auch nicht weil ich habe die ganze zeit die task gemacht ja ich war ja ich war da oben lang gelaufen ich war ja ich habe ich habe christen beim vent unten gesehen die wend ist da da bin ich runter gegangen habe den müde entfernt und bin wieder gegangen richtig also ich war auch unten bei dieser komischen dusche da hatte ich die aufgabe gehabt und dann bin ich wieder hoch und dann habe ich auf immer sind mal da liegen sehen ja so und jeremy war irgendwie unten bei den schaltkästen ja schaltkästen waren das genau das ist schon komisch und dann als ich hoch kam war jeremy auf immer da und ich bin wo die leider hochgegangen bist bin ich hier runter gegangen habe sauber gemacht bin hoch wartest du lounge ja aber ich aber als ich hoch gekommen bin äh war war simba lag da und du warst auch da ja aber ich bin dann vorbeigelaufen weil ich ihn nicht gesehen hatte das ist schon 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 komisch ach xy wo warst du am anfang war ich relativ mittig bin dann unten und da war ich dann alleine im restaurant den habe ich auch gesehen der war in der küche hat da irgendwas gemacht und so ich muss den bürger so zusammen machen achso bürger und fleisch wir haben hier im moment und wen wohnen wir ich habe geschript im moment liegt mein sas auf äh auf äh hier da haben wir uns gegenseitig gewohntet auf jamie aber irgendwie chrissy schießt mir zu viel ja weil ich habe chrissy aus dem vent runter gesehen aber ich habe ihn nicht gesehen den wir reingegangen ist vorher na gut äh ja äh ich mute mich achso ja Mist man ist mir auf der Spur jetzt kann ich mich hier sabotieren können mal sehen jetzt kann ich mich hier sabotieren können oder muss ich hier was drücken oder muss ich hier was drücken jetzt habe ich irgendwas gedrückt mal sehen aber langsam muss ich die die leute töten das war vielleicht nicht so fein ые sind auch ich kann ich mich hier das war ganz schön wie ich d so neue runde neues glück ich war mal jetzt wieder völlig lustig mit den einstellungen aber beim nächsten mal das klappt nicht hier mit dem ding jetzt und immer hier hoch na los warum fliegst du jetzt nicht jetzt ja ja ihr könnt gerne ein like und ein abo da lassen wenn es euch gefällt würde ich mich auf jeden fall mega freuen wo müssen wir jetzt hin gut gehen wir zu atmen also bis jetzt kann die noch nicht wirklich deuten wer es sein könnte noch mal richtung elektriker aber die map ist gut die mag ich die ist nie so groß und gekillt das war es gewesen ich habe es genau gesehen wie er jeremy getötet hat genau in dem moment als ich dabei elektriker war hat er den getötet und selbst ist nicht der war bei mir wer war und ganz unten links ich war ganz unten links ich habe diesen ein ich habe dieses motor aufhören benzin aufhören gemacht dann kannst du christi oder ich mag kekse ich mag kekse sein weil drei waren in elektriker einer war unten links und simba war bei mir macht jetzt geht oder was macht ihr ne ich wurde für ich mag kekse er war es wirklich ohne mist jetzt vorhin vorhin habe ich ja aber diesmal war 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 es wirklich denn ich mag kekse ich hab mal jetzt ok jetzt geht es ja ist klar danke leute du hast hier irgendwie zu sehr wieder geschossen alles klar ok wie groß und ok ja ich war jetzt nicht gewesen und die glauben mir einfach nicht das kann noch nicht sein da jetzt habe ich nicht hingeguckt mensch oder nicht darauf geachtet während ich erzähle aufgabe erledigt sehr schön wirklich du bist so ein sack gewicht das macht mich für meine nase so wir sind kein imposter so mal sehen im app noch ein bisschen kennenlernen so aufgabe erledigt gehen wir gleich hier rüber ok dr nella ist am start ok das war jetzt auch nicht so dramatisch gehen wir zur admin ok dann bleibe ich gleich hier wieder die aufgabe wieder die aufgabe ja gut der ist nicht du musst dich mit du bist tot ich bin nicht ja mir kam halt also ganz ehrlich da bin ich ehrlich mir kam eine person extrem verrächtig vor und zwar Simba wieso und wieso immer so der war die reaktorschmelze oder wie das ding heißt und der ist irgendwo anders hingelaufen aber nicht so reaktorschmelze aus meiner sicht wir können einfach nur sagen dass es mir geleckt hat weil ich ein 300er pinkrad hatte ich weiß es nicht ich weiß nicht ob es chrissy war aber mit chrissy habe ich das denn gemacht ja wir waren irgendwie fast zusammen eigentlich die die zeit zumindest als wir diese komische dieser komische alarm da kam ja aber also ich ich war bin auch auf dem weg dahin gewesen aber habe es nicht mehr geschafft ich war kurz davor da war dieser reaktor ich bin halt eigentlich eindeutig für öfter dann aber es kann nur noch f sein aha ah ok nochmal sehen wir werden es übersehen tschüss so dann gehen wir zur admin also bis jetzt ist es noch nicht eindeutig finde ich oh ne nicht das schon wieder hallo ja ich weiß wer es ist ja es ist f ich hab ich war bei nein ich stand bei admin da ist auch so ne karte wo du sehen kannst wo die ganze leute sind hab ich drauf geguckt f war verschwunden er stand vorher noch bei den waffen ok der war jetzt äh kurz also ich und trissi waren zusammen und simba habe ich auch kurz gesehen der ist dann runter zu keine ahnung elektriker glaube ich jaja und ich mag kekse ist auf einmal vom äh admin radar verschwunden und der war jetzt gerade bei mir was der war gerade bei mir ich war bei dem admin jaja aber ich bin dann runter gelaufen zu der innenaufgabe da keine ahnung welche das ist und da war auf immer f gewesen f er gelaufen durch weapons und hatte dann vor shields ne aufgabe ja aber ich hab dich bei weapons gesehen bin dann kurz weg und dann warst du auch einmal nicht mehr auf dem radar das heißt dann meistens dass du im vent bist im vent das heißt der vent wird angezeigt wenn du im vent bist heißt also wirst du noch darauf angezeigt nein ich auch wenn du so bist bist du nirgendswo angezeigt und blau hat halt also ich hab in der runde davor hab ich gesehen dass grüne afk war bin halt hochgegangen äh bin dann so 5 bis 10 sekunden wieder zurückgegangen da lag halt tot und da war nur blau in der näher also muss es blau sein ne ich bin da vorbei also so ein blau ich glaub ganz ehrlich es ist eigentlich f ich hab f gewartet na ich auch weil f kommen ziemlich verdächtig vor ja jetzt macht blauen killen ich hab verloren ja Mist ja ach ich hab hier ne chance gehabt geht mach bitte zwei emergency world votings rein sind nur vier leute ooooh ok 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 mikro aus ok wir sind wieder kein verräter mal sehen f ja und zack hier bin ich ich wusste es der kam mir schon so verdächtig vor ach gedrückt halten mal sehen wer meine leiche hier entdeckt ich glaube keiner ich mach trotzdem die aufgaben ich mach trotzdem die aufgaben das muss sein wie es äh wie es äh wie es äh wie es äh wie es das es sind halt hier irgendwie nur so wenig leute ist halt total schade ja das mach noch ne runde ich doch nicht ich richtig hoch machen zu viert ist halt immer dumm so wir sind wieder mal nicht der verräter und ja ist wirklich sehr schade äh dass nicht genug leute da sind weil ich mag ja eigentlich das spiel es macht auf jeden fall sehr viel spaß aber wenn nicht genug leute da sind ist das echt schade also das werde ich auch nochmal ansprechen hier in der community dass ich das äh gesagt wird ja hier komm macht ein event oder machen event und dann kommen nicht genug leute gerade derjenige der das event vorgeschlagen hat naja so mal sehen das licht reparieren oh ich hab ne nachricht wie geht das hier 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 ne 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 doch ist erledigt ok so da meine Aufgabe jetzt scheint ja nicht viel zu passieren wow wir haben gewonnen wer war jetzt der der imposter ja wieso bin ich jetzt live ja ich hab äh dings war der imposter wie heißt der ja heute ist der jetzt weg aber ich hab ich hab ich hab ich mal gekriegt so einen shot gegeben aus gut also wieder kein äh imposter zum glück mal sehen wie weit wir diesmal kommen ich hab leider vorhin voll vergessen die aufnahme wieder zu starten aber alles gut kommt trotzdem denke ich mal ein bisschen video material zustande ja und ich hoffe ah wieder falsch ich hoffe es gefällt euch gerne like und ein abo da lassen oh jetzt muss ich zum elektriker ne hier lang ich müsste doch ja hier ist ja der elektriker oh ne gehen wir erstmal hier lang dann heute libel ich auch noch ne aufgabe na los sehr schön dazu ich sag euch ehrlich das war knapp gerade mit dem reaktor also ja mir kommt es jetzt immer so verdächtig vorbei Nein, ich mag Kekse, ich mag Kekse, ich und Herrn, ich mag Kekse, waren alle zusammen, wir kamen alle in einen Raum, ich und Herrn machen dann Down-It oder so und Keks stand einfach wieder so rum einfach, einfach so um nix, der stand einfach so rum. Aber der hat mir gerade geholfen unten beim Dingensbummens, naja, dieser Alarm, der ausgelöst hat. Aber er stand, wo ich da oben, wir waren da oben im Kontrollzentrum, wo dieser Ding da fliegt, da stand er eine kurze Zeit lang rum. Ja, aber dazu muss ich sagen, das macht er immer. Ja, aber wieso macht man das? Keine Ahnung. Dadurch ist man ja einfach nur noch auffälliger. Äh, 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 was machen wir jetzt, überspringen wir jetzt an oder schmeißen wir ihn gut jetzt raus? Ich will überspringen. Ich hoffe, ich gewartet damit wir, also damit ich halt nicht alleine rumlaufe. Weil wenn wir uns gegenseitig decken können, dann, keine Ahnung, sind wir halt beide safe. Ich war halt Admin und ich hab nur kurzzeitig gesehen, dass drei in Cafeteria war und einer war unten links oder so. Hm? Ja, cool. Ja, wir standen kurze Zeit lang alle zusammen irgendwo da unten in dem großen Kontrollteint drunter. F, du musst abstimmen, bitte. Warum nennt man sich, ey? Cuz. Warum nennt man sich, ey? Warum nennt man sich, ey? Warum nennt man sich Augenblick, ey? Weil es sein voller Name ist. Warum nennt man sich Erb007? so also noch mal elektriker da müssen wir müssen hier lang aber bis jetzt verhält er sich nur ruhig der killer mal sehen das klingt unlogisch ist dann den admin einer hat die ganze von oben nach unten nach links dass zum elektrische teleportiert war auf einmal vier stand einer verschwunden ist und der nicht irgendwo hin teleportiert ist also ich habe das stand alles im elektriker außer ich ich bin halt ähm ich war nicht in elektriker und irgendjemand hat sich teleportiert von oben nach links nach rechts und zuletzt da standen vier und einer ist auf einmal verschwunden und hat sich dann nix mal hin teleportiert so was ich gesehen habe ich dann einfach nur alle außer du halt irgendwie down haben irgendwas gemacht ich weiß aber einer ist verschwunden auch bei mir auf admin und der war auch nirgendwo mehr ich habe niemanden gesehen der gewendet ist wenn einer verschwindet und nicht mehr auftaucht dann ist er im gang ja und ich war halt bei admin einer ist ab und zu bei elektrik hier raus auf den gang gelaufen ja jetzt ist die frage wie wisst ihr wer ob ich da wirklich von medbay zu dings die ganze zeit hin und her ja der ist irgendwie einmal hin und her gewendet hatte wer war alles in dem raum also ich war da wer noch ich und ich und ich war bei elton hat es beobachtet dann ist der letzte ist in medbay in den vent rein und ist dort halt die ganze zeit hin und her gewechselt ohne rauszukommen weil es dann zählt ich glaube ernsthaft ist es wer ist das ich weiß nicht ich enthalten mich ich habe auch einfach aber muss halt sein ja aber es ja mal sehen also er ist noch mal wo müssen wir admin aber der killer macht nichts ist sehr verdächtig vielleicht ist es hören also alex alex mal sehen wir müssen verbinden ganz viele sachen also vor allem habe ich so ein bisschen schiss ja ich wusste es ich wusste es dass der das war wir verfolgen wir jetzt keiner sieht mich mal sehen wir reportet er kristin lag bei der lagerhalle ihr seid alle nach links und ich bin nach rechts weil ich da gerade die sachen fixen wollte ich mag kekse ist glaube ich safe weil er ist mir die ganze zeit wieder hergeraufen ich glaube ganz ehrlich es ist herr wieder also ich bin das entweder ist entweder es ist herr und er hat schnell jemand wie geht bevor wir da waren oder ich bin es wirklich nicht weil wieso sollte ich doch mal ein self report machen das macht ja gar keinen sinn ich bin halt also wir haben aber der richtung von lagerhalle also ich habe ihn ja gesehen wie er da stand und hat was ist da dieses uploaddings da ne ja nein das ist dieses reparieren aber du hast gesehen wie er da stand wieso war er auf einmal tot ich bin dann so weiter runter gegangen da hat er sich verquatscht der arme wird immer weggemacht ich muss meine lügenfähigkeiten verbessern ja du hast dich verraten du hättest nicht sagen müssen dass du mich sie gesehen hast oder so naja ja man kann ja auch so unter sich ja dann kenne ich mich gar nicht aus ok muten mute mich ach so das ist ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 So, mal sehen Leute, ich bin ja jetzt der Killer So, mal sehen Leute, ich bin ja jetzt der Killer So, mal sehen Leute So, was nehmen wir denn jetzt? Okay, für mich nochmal Reaktor Ach, Chrissi Ja Okay, dann das war's Ach ne, war aber trotzdem lustig Bisschen länger gemacht, ehrlich gesagt Ja Aber ich hätte auch Bock gehabt Stimmt Und das war's auch für heute Ich hoffe, es hat euch gefallen Gerne ein Like und Nabu da lassen Ansonsten sehen wir uns mit dem nächsten Video Oder nächsten Livestream wieder Also Leute, bis dahin und ciao